Das Leben im Überfluss gehört dir, wenn du bereit bist, die Macht deines eigenen Bewusstseins anzuerkennen und zu nutzen. Willkommen zum heutigen Video. Hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ein weiterer Mittwoch, ein weiteres Bibelzitat. Heute geht es um das Leben im Überfluss, welches, ich habe es gerade schon gesagt, dir gehört, wenn du bereit bist. Die Macht deines eigenen Bewusstseins erstens zu beanspruchen und zweitens natürlich auch in der Konsequenz dann zu nutzen. Schauen wir aber zuerst mal rein in das Bibelzitat, das ich heute mitgebracht habe. Das ist aus Johannes 10,10 und dort steht geschrieben, ich zitiere, Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ja, also ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und, wird hinzugefügt, es im Überfluss haben. Wer ist jetzt ich bin? Wer ist gekommen? Jetzt könntest du sagen, nun schau ein paar Zeilen zurück, dort steht, Jesus spricht. Und jetzt könntest du sagen, das ist ein Mann, der vor 2000 und Jahren gelebt hat und diese Nachricht verkündigt hat. Dem ist aber nicht so. Dieses Ich bin, von dem hier gesprochen wird, ist ein Wesen. Welches Wesen? Wer ist ich bin? Es ist das gleiche Ich bin, als welches sich Gott schon im zweiten Buch Mose in 3,14 offenbart hat. Dort steht geschrieben, Gott spricht, Gott antwortet, Ich bin, der ich bin. Darum sagt den Israeliten, ich bin. Also, ich bin hat mich zu euch gesandt. Ich bin, der ich bin. Da wird erst einmal die Wandelbarkeit Gottes auch offenbart und bekannt. Ich bin, der ich bin. Also, was immer du behauptest zu sein, was immer du dem Ich bin, welches du bist, hinzufügst, das wirst du sein. Ich bin, der ich bin. Denn ich bin gesund, also werde ich Gesundheit erfahren. Ich bin reich, also werde ich Reichtum erfahren. Ich bin arm, also werde ich Armut erfahren. Ich bin, der ich bin. Auf alle Ewigkeit. Ich bin, der ich bin. Das zeigt diese Wandelbarkeit Gottes, diese Wandelbarkeit in seinem Wesen, je nachdem, welchen Bewusstseinszustand du bewohnst. Der Arm und der Reiche, die unterscheiden sich nicht. Beide sind Ich bin. Nur haben sie sich verschieden identifiziert, in verschiedene Bewusstseinszustände gekleidet. Und weiter steht dort, also geh und sag den Israeliten, Ich bin hat mich zu euch gesandt. Ich bin hat mich zu euch gesandt. Nicht Jesus hat mich zu euch gesandt. Nicht Gott hat mich zu euch gesandt. Ich bin hat mich zu euch gesandt. Das würde so erstmal überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn man nicht versteht, dass Ich bin die Bewusstheit darüber ist, dass du existierst. Also in anderen Worten, dein Bewusstsein. Denn was ist Ich bin? Nimm alles weg, was du Ich bin hinzufügst. Ich bin ein Mensch, ich bin ein Mann oder eine Frau, ich bin Daniel oder Peter oder wer auch immer. Was bleibt dann übrig? Ich bin. Und das ist einfach deine Wahrnehmung, deine Bewusstheit darüber, dass du existierst. Das ist Ich bin. Ich bin hat mich zu euch gesandt. Dein Bewusstsein hat mich zu euch gesandt. Mein Bewusstsein hat mich zu euch gesandt. Aus deinem Bewusstsein geht deine Welt hervor. So einfach ist das. Also nicht Jesus spricht, nicht ein Mann vor 2000 Jahren spricht, sondern Ich bin gekommen. Dein Bewusstsein ist gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Denn in deinem Bewusstsein ist all der Inhalt existent. Jeder Bewusstseinszustand existiert jetzt gerade in deinem Bewusstsein und wartet nur darauf, dass du, also dein Bewusstsein, dein Ich bin, darin kleidest. Dass du wechselst von Ich bin arm zu Ich bin reich. Dass du wechselst von Ich bin krank zu Ich bin gesund. Dass du wechselst von Ich bin unglücklich zu Ich bin glücklich. Denn, 2. Mose 3,14, Ich bin, der Ich bin. Wenn du also dieses Ich bin wandelst, veränderst, in einen anderen Zustand kleidest, wirst du eine andere Welt erfahren. Denn Ich bin, der Ich bin. Auf alle Ewigkeit. Das ist mein Name. Ich bin hat mich zu euch gesandt. Also das Leben im Überfluss gehört nicht morgen, nicht übermorgen dir. Es gehört jetzt dir, wenn du, und das sind die zwei Bedingungen, die ich anfangs erwähnt habe, erstens bereit bist, die Macht deines eigenen Bewusstseins anzuerkennen. Also erstmal anzuerkennen, dass dieses Wesen, Ich bin, von dem hier gesprochen wird, deine und meine und unser aller Bewusstheit darüber ist, dass wir existieren. Dass es das ist, was übrig bleibt, wenn wir alles andere, jede Identifikation wegnehmen. All die Dinge, in denen wir uns unterscheiden, wenn wir die alle wegnehmen, bleibt nur noch Ich bin. Das anzuerkennen und dann in der Konsequenz das Ganze auch zu nutzen, also nicht einfach zu sagen, ja, alles liegt in meinem Bewusstsein, aber ich bleibe, der Ich bin. Denn Ich bin, der Ich bin. Dann wirst du für alle Ewigkeit das ausdrücken, was du gegenwärtig ausdrückst. Denn dieses Ich bin ist wandelbar, aber damit es sich wandelt, bedarf es einer Veränderung im ersten Satz. Ich bin, der Ich bin. Du musst erstmal dieses erste Ich bin verändern, also statt Ich bin krank, Ich bin gesund behaupten, fortan. Damit du in der Konsequenz eine andere Welt, eine andere Lebensrealität erfährst. Ich hoffe, ich konnte dich damit inspirieren, diese zwei Bedingungen umzusetzen und es anzuwenden und das Leben im Überfluss endlich für dich zu beanspruchen. Denn es ist ebenso einfach, im Überfluss zu leben, wie im Mangel zu leben. Das nimmt sich nichts. Beides ist jetzt existent. Beides wartet jetzt darauf, von dir verkörpert zu werden. Und du hast heute die Wahl. Danke fürs Zusehen. Kleiner Reminder, jetzt am kommenden Samstag treffen wir uns wieder für ein weiteres Webinar. Den Link habe ich hier unten im Video und das Video in die Beschreibung reingepackt. Ansonsten Sonntag natürlich wieder ein neues Video. Freue ich mich, wenn du spätestens da wieder mit dabei bist. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.